Die Top 5 besten JBL Endurance Run Produkte Ich habe die JBL Wave 200 TWS True Wireless in ihr Bluetooth Kopfhörer gekauft und bin absolut begeistert von ihnen. Sie haben eine hervorragende Klangqualität und sind sehr bequem zu tragen. Ich mag besonders die Tatsache, dass sie kabellos sind und dass sie ein integriertes Mikrofon haben, was das Telefonieren viel einfacher macht. Das Musikstreaming funktioniert bis zu 20 Stunden, was großartig ist und das Ladecase ist sehr praktisch, um sie unterwegs aufzuladen. Ich würde diese Kopfhörer sehr empfehlen, wenn sie auf der Suche nach hervorragendem Klang und viel Komfort sind. Ich habe mir die JBL Tune 110 in ihr Kopfhörer mit Mikrofon und verwicklungsfreiem Flachbandkabel in schwarz gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die pure Bass-Sound-Technologie sorgt für einen tollen Musikgenuss und der Sitz in den Ohren ist sehr angenehm. Das Flachbandkabel verhindert lästiges Verknoten und das Mikrofon funktioniert einwandfrei für Anrufe. Die Farbauswahl war gut und der Preis ist angemessen. Insgesamt eine klare Empfehlung für jemanden, der auf der Suche nach qualitativ hochwertigen In-Ear-Kopfhörern ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf des JBL Wave 300 TWS True Wireless In-Ear-Bluetooth-Kopfhörers in schwarz. Die Kopfhörer haben eine hervorragende Klangqualität und sind sehr bequem zu tragen. Das integrierte Mikrofon funktioniert einwandfrei und ermöglicht es mir, Anrufe zu tätigen und zu empfangen, ohne dass ich mein Handy aus der Tasche nehmen muss. Die Musikwiedergabe dauert bis zu 26 Stunden, was für mich ausreichend ist. Das Ladecase ist auch sehr praktisch und einfach zu bedienen. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall empfehlen. Ich habe die JBL Wave Beam kabellosen In-Ear-Urhörer gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die IP54 und IPX2 Wasserdichtigkeit ist großartig für Sportler oder für regnerische Tage. Die Freisprechfunktion ist sehr praktisch und die 32 Stunden Akkulaufzeit ist beeindruckend. Der Klang ist klar und prägnant mit einem guten Bass. Die Passform ist bequem und sicher. Ich liebe das schlichte, elegante Design in schwarz. Insgesamt bin ich mit den JBL Wave Beam kabellosen In-Ear-Urhörern sehr zufrieden und würde sie jedem empfehlen, der auf der Suche nach guten kabellosen In-Ear-Urhörern ist. Ich habe die JBL Wave Flex In-Ear-Urhörer ausprobiert und bin absolut begeistert. Die kabellose Verbindung funktioniert einwandfrei und die Ohrhörer haben eine IP54 und IPX2 Wasserdichtigkeit, was perfekt für den Outdoor-Einsatz ist. Besonders toll finde ich die Talk-Through und Ambient-Aware-Technologie, die es mir ermöglicht, Gespräche oder Umgebungsgeräusche zu hören, ohne die Ohrhörer herauszunehmen. Die Akkulaufzeit von bis zu 32 Stunden ist auch super praktisch. Und natürlich sind die Ohrhörer auch noch in schwarz, sehr stylisch. Ich kann die JBL Wave Flex In-Ear-Urhörer definitiv weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.